Herzlich Willkommen liebe Leute, heute gibt es eine weitere veganes Fleischverkostung und zwar habe ich mir heute gemacht, einmal Kartoffeln, Rotkohl, Soße und dazu, ich meine, sieht es kaum, ey man sieht es echt richtig schlecht, ein veganes Schnitzel, warte, ich nehme das mal so ein bisschen so hoch hier, also, ja, sieht halt wirklich schnitzelmäßig aus, so mit der Panierung und so, zeige ich euch am besten einfach mal die Verpackung, damit ihr wisst, was wir kaufen müsst, oh man, das zerfetzt hier schon voll das Brett, naja, also, mal schauen, und zwar ist das wieder von Like Meat, die Schnitzel halt, ja, bei mir sind sie jetzt ein bisschen krustig braun geworden und nicht so lecker, wie die hier aussehen, wie gesagt, tiefgefroren hier aus der Packung raus, sehen die auch wirklich original wie Schnitzel aus, das ist jetzt ein 200 Gramm Packung, ich bin mal gespannt, ich habe da jetzt nicht so wirklich die großen Erwartungen dran, da ja auch die Steaks echt wie Schuhsohle geschmeckt haben und, ja, ich bin bis jetzt noch nicht so begeistert von diesen Like Meat Produkten, vielleicht haut das Schnitzel ja mehr rein, ansonsten, ich habe da ja noch ein paar andere Sachen von, vielleicht ist ja irgendwas, was man einigermaßen schmeckt, das muss ja jetzt nicht unbedingt nach Fleisch schmecken, aber wenn es nicht so diesen Schuhsohlen-Style hat, dann wäre ich auch schon mal ganz zufrieden, naja, gut, Leute, ich schreibe es euch wieder in die Infobox, wie es geschmeckt hat, ich wünsche euch erst nochmal einen schönen angenehmen, haut rein, liebe Leute, bis denne!